Schauen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an, sobald wir irgendwelche Kombinationen bekommen. So, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt als Captain Spirit ihn hier besiegen können. Nein, leider nicht. So, kann man hier noch was machen? Oh, Moment. Da, da, da. The maze of doom. Captain Spirit heard about the secret treasure inside. Nach links gehen, nach rechts gehen, verlassen. Kann auch nicht gucken. Ich habe nichts zu stark wie die Fantasie eines Kindes, oder? Na, verkehrt. Und wieder nach links, nach rechts gehen, oder verlassen. Vielleicht sind wir wieder da angekommen, wo wir vorher waren. Links, rechts, verlassen. Ich habe keine Map. Äh, Map. Oh, die Karte im Kinderzimmer. Meist er lieber verlassen? Stimmt, die können wir ja jetzt erst zusammenfügen. Wir haben noch das andere Teil. Stimmt, ja, wir laufen ja nur im Kreis. Wir müssen ja die Karte mit dem einem, äh, Deschrifrier-Code da. Können wir jetzt endlich... Aber ich will trotzdem nochmal gucken. Ich will auch wissen, komm ich zu den Nachbarn. Nein! Es ist nicht sicher da draußen. Ja, Dad. Ich weiß. Okay, Post raus wollen. Jawohl. Kein Weg. Spaß für die ganze Familie. Kommt und spielt mit euren Waffen. Green Harry Schießanlage Angebot und Show zu diesen Feiertagen. 20. bis 21. Dezember. Den ganzen Tag, Samstag, Sonntag. 371. Nord-East-Wood-Ave. Nö. Schon gar nicht mit Kindern. Ja, genau so. Typisch amerikanisch, ne? Aber ich finde das auch gut, dass wir es mit eingebaut haben. Dass man damit auch noch so in Kontakt findet, weil es gehört ja eigentlich dazu, ne? Wenn wir schon in Amerika sind. Schaufel? Hm. Das Schnee sieht super schlappern. Ich kann es schaufeln. Ohne Superkraft? Superkraft wäre lustig für diesen. Extra bonus points unlocked. Oh, da mal. Ah, ha. So we can escape the deadly aim of the beer hunter. Jawoll! Oh, einer blieb über. Getroffen! Und wieder was geschafft. Die Bierdosen. Kommt gut voran. Ich finde das so klasse, dass das ein kostenloses Spiel ist und dass da so viel drin ist. Also Hut ab wirklich. Das finde ich schon echt klasse. Das muss man erstmal mal sagen. Ah ja, wir wollten ja... Gut, wir werden schneller, aber wir können nicht rennen. Die Karte müssen wir uns ja jetzt angucken. Nein, die Karte nicht. Henry. Endschlüssel! Zeit für Kapitän Speer, diese Stückchen zusammenzusetzen. Hm. Ich muss es richtig feststellen. Hm. Und hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Ich denke eine Idee. Okay. Okay, Moment. Ich sehe die 1 nicht. 1, 2. Die 1 beim Flying Fortress, wo ist das denn? Da ist die Flying Fortress, okay, das ist 1. 2 ist die Homebase. Schade, die umgekringelte 1 auf den beweglichen Teil auf die 1 neben dem Fortress. Ja, ja, ja. The Mace Doom. Aha, okay. Ja, danke, danke dir, auf jeden Fall. So. Dentory. Okay, beenden. Das heißt, wir können jetzt wieder raus, ne? 1 links, 2 rechts. Rechts 3, links 4. Hallo Nicole. Na du, wie geht's dir? Wie geht's dir? Dann gehen wir mal rein. Betreten. So, einmal links, 2 rechts. 3 links, 3 links, 4 links? Ja, ich kenne das Nicole. Also links, rechts, links, links. Also links. 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 Nochmal links. Ja, heute ohne Cam, weil ich nehme auch gleichzeitig auf. Und bei so einem Spiel, ganz ehrlich, das stört nur die Cam. Also wenn ich einen Greenscreen hätte, würde es nur stören. Dafür ist dieses Spiel einfach zu schön. Sieht gut aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, und wir haben jetzt wohl auch den Schatz gefunden. Und das ist wirklich ein wahrer Schatz, ja. Wirklich, wirklich, wirklich. Ah, Mann, nee. Der Junge tut mir so leid. Wir müssen immer noch welche finden. Und das Spiel müssen wir noch freischalten. Und den Schneemann müssen wir auch noch besiegen. Genau. Wie können wir den Schneemann jetzt besiegen? Ich schaff's. Hey. poorlywsgOkay. Vielen Dank.